Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, da geht es um die Altersversorgung von jüdischen Zuwanderern. Hören wir jetzt Matthias Birkwald. 2017 berichtete die Taz, die Tageszeitung, über Genrietta Likatschowska. Sie war damals 79 Jahre alt. Genrietta lebt von Sozialhilfe und hat für Lebensmittel nur zwei Euro pro Tag zur Verfügung. Als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling muss sie zweimal pro Jahr nach Russland reisen, um ihre dortige Rente persönlich abzuholen. Das kostet sie jedes Mal viel Geld. Der wachsende Antisemitismus in St. Petersburg und die Hoffnung auf Medikamente gegen ihre Asthmaerkrankung trieben sie 1996 nach Deutschland, und da war sie 58 Jahre alt. Aber ihr wissenschaftlicher Abschluss wurde nicht anerkannt. Sie durfte nicht als Physikerin arbeiten, engagierte sich aber als Seniorenvertreterin in Berlin Mitte. Und am meisten ärgert sie, dass ihre Arbeitsleistung in der Sowjetunion für die Rente nicht anerkannt wird. Das nimmt ihr ihre Würde. So wie ihr geht es vielen älteren und betagten Jüdinnen und Juden in Deutschland. Zwischen 1991 und 2006 waren 216.000 jüdische Zuwandererinnen und Zuwanderer und ihre Familienangehörigen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion aufgenommen worden. Mehr als die Hälfte von ihnen ist akademisch gebildet und hochqualifiziert. Und rund 115.000 von ihnen waren schon damals zwischen 40 und 79 Jahre alt. Der Runde Tisch der DDR, der Ministerrat der DDR und die Ministerpräsidentenkonferenz hatten die Jüdinnen und Juden explizit nach Deutschland eingeladen. Meine Damen und Herren, angesichts der Shoah haben wir die historische Verantwortung, jüdisches Leben in Deutschland wieder möglich zu machen und zu fördern. Die Tatsache, dass die jüdischen Kontingentflüchtlinge gekommen sind, ist ein großes Glück und eine Bereicherung für Deutschland. Aber es gibt ein großes Problem. Viele der Jüdinnen und Juden, die damals kamen, haben trotz hoher Qualifikation und vielen Arbeitsjahren so geringe Rentenansprüche, dass davon eine eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts im Alter nicht möglich ist und sie sehr oft ergänzende Grundsicherungen im Alter beziehen müssen, also Sozialhilfe oder Rentnerharz IV. Warum ist das so? Nun, es gibt mit den betroffenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion keine Sozialversicherungsabkommen, so wie sie es mit anderen Staaten gibt, beispielsweise Albanien oder Serbien. Gäbe es sie, dann würden beispielsweise die Erwerbszeiten aus Russland auch für die Rente in Deutschland angerechnet. Das ist aber nicht der Fall. Die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die mit den Jüdinnen und Juden oft im selben Betrieb, am selben Arbeitsplatz und an derselben Werkbank gearbeitet haben, erhalten hingegen Renten nach dem sogenannten Fremdrentengesetz. Hier werden die im Herkunftsland zurückgelegten Zeiten in deutsche Renten umgewandelt. Aber auch diese sogenannten Fremdrenten der Spätaussiedler wurden 1991 und 1996 insgesamt um 40 Prozent abgesenkt, und viele von ihnen leben deshalb in Altersarmut. Auch hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Aber dass die dem sogenannten deutschen Sprach- und Kulturkreis zugerechneten Zuwanderer aus Russland Renten nach dem Fremdrentenrecht erhalten und die jüdischen Zuwanderer nicht, ist und bleibt ungerecht. Meine Damen und Herren, die Eingliederung der vor 1989 aus der DDR Geflohenen, die Eingliederung der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und die Eingliederung der jüdischen Einwandererinnen und Einwanderer ist jeweils eine direkte Folge des Zweiten Weltkriegs und der Verantwortung für die deutsche Geschichte. Das sagt unser ehemaliger Kollege Volker Beck, und ich finde, er hat recht. Professor Micha Brumlik, Dr. Sergej Lagodinski und er haben im April 2018 den Aufruf Gerechtigkeit für jüdische Zuwanderer im Rentenrecht gestartet. Diesen Aufruf haben über 100 Prominente aus ganz Deutschland unterzeichnet, unter anderem Henriette Recker, die Kölner Oberbürgermeisterin, Gerhard R. Baum, Bundesinnenminister AD, der Schriftsteller Günter Wallraff, der Kabarettist Jürgen Becker, der Politikwissenschaftler Christoph Butterwege, der Schriftsteller Navid Kermani und Odet Horowitz, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden in Nordrhein, um nur einige wenige namentlich zu nennen. Diesen Aufruf habe ich zum Anlass genommen, mit meinen geschätzten Kollegen Markus Kurth und Johannes Vogel eine gemeinsame parlamentarische Initiative auf den Weg zu bringen, um die Alterssicherung von Jüdinnen und Juden zu verbessern. Vielen Dank dafür. Und ganz besonders danke ich den drei Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Pietra Pau, Claudia Roth und Wolfgang Kubicki, dass sie unseren gemeinsamen Antrag unterstützen und ihn gestern auf Einladung der Bundespressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Herzlichen Dank an alle drei. Meine Damen und Herren, FDP, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke sind sich in dieser Frage einig. Wir fordern die Bundesregierung gemeinsam auf, umgehend zu handeln, um die Alterssicherung der jüdischen Kontingentflüchtlinge schnellstmöglich zu verbessern oder dem Bundestag einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Wir haben unterschiedliche Präferenzen, welcher Weg beschritten werden möge. Erstens. Linke und Grüne bevorzugen die Aufnahme ins Fremdrentenrecht und die Gleichstellung mit den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Zweitens. Der FDP setzt eher auf den im Koalitionsvertrag von Union und SPD bereits verabredeten Härtefallfonds, der explizit die jüdischen Kontingentflüchtlinge und die Spätaussiedler nennt. Und drittens fordern alle drei Fraktionen die Bundesregierung auf, sofort einen neuen Anlauf für Sozialversicherungsabkommen mit den betroffenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu machen. Das wäre der Königsweg. Liebe Bundesregierung, liebe CDU, CSU und SPD, das sind drei Lösungswege. Beschreiten Sie einen davon oder einen vierten Weg, wenn er Ihnen geeigneter erscheint. Lösen Sie das Problem, egal wie. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Matthias W. Birkwald. Bevor ich Herrn Straubinger das Wort erteile, möchte ich den schon zitierten Volker Beck hier bei uns im Haus herzlich begrüßen. So, und jetzt hat das Wort der Kollege Max Straubinger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir behandeln heute den Antrag von FDP, Linken und Bündnis 90 die Grüne, eine seltsame politische Formation, also die wir sicher erleben müssen. Ja, ist ja völlig ungewohnt, völlig ungewohnt. Aber es geht natürlich schon um ein Ziel, das wir auch verstehen, letztendlich eben die Kontingentflüchtlinge und der Antrag auch diese besser zu stellen in irgendeiner Form des Sozialrechts. Es ist ja dann auch großartig, wenn ein Antrag gestellt wird, dann die Zielstellungen, wie sie erreicht wird, letztendlich nicht mehr kompatibel ist zwischen den Fraktionen, sondern nur noch aufgeworfen wird. Und der Herr Kollege Birkwald hat es ja gerade dargestellt, dass Linke und Grüne eine Fremdrentenrechtspräferenz haben und der FDP hier eine angedachte mögliche Fondlösung. Von daher zeigt sich schon, wir haben zwar möglicherweise ein gleiches Ziel, aber gleichzeitig dann aber auch die Schwierigkeit, uns darüber sozusagen zu entscheiden oder geeignetere Maßnahmen hier zu treffen. Ich möchte aber schon darlegen, dass man sieht von dem Antrag her, dass das Thema sehr komplex ist und nicht nur so einseitig letztendlich von den Betroffenen gesehen werden kann, sondern dass dies auch in der Gesamtheit aller in der Rentenversicherung Versicherten, aller derer, die einer sozialen Unterstützung bedürfen und vor allem der vielen Gruppierungen, die möglicherweise auch weiter betroffen sind, hier auch mit einzuordnen sind. Und das zeigt sehr deutlich, dass damit also auch eine schwierige Aufgabe dann in der Findung einer möglichen Lösung darin liegt. Denn nämlich, wenn es um das Rentenrecht geht, da muss man ja feststellen, dass man auch den Grundgesetzartikel Nummer 3 hier besonders betrachten muss, wo es heißt, gleiches oder wesentlich Gleiches ist gleich zu behandeln und wesentlich Ungleiches ist ungleich zu behandeln. Und das steht natürlich hier schon mit dar. Und deshalb haben wir ja im Koalitionsvertrag niedergelegt, Anliegen in schwierigen Fällen des Rentenüberleitungsgesetzes in einer Vorlösung eine Unterstützung zu prüfen. Das ist hier, was wir in der Koalition auch mit vereinbart haben. Und warum haben wir Sie das so mit vereinbart? Aber zuerst auch noch möchte ich schon darlegen, dass Deutschland in einer großartigen humanitären Leistung und humanitären Geste 215.000 Personen aus dem sowjetischen Bereich der Nachfolgestaaten, aber auch aus Russland hier mit aufgenommen hat, zu Recht mit aufgenommen hat, weil sie in ihren Herkunftsländern entweder Diskriminierung ausgesetzt waren oder genauso dann natürlich den Antisemitismus, der in diesen Ländern herrscht, entsprechend auch mitleiden mussten. Und dem haben wir uns in unserer Verantwortung vor der Geschichte, in unserer Verantwortung vor der Shoah auch gestellt und diese Personen hier auch zu Recht mit aufgenommen. Und das zeigt sehr deutlich, dass wir damit also ein humanitärer Staat auch mit sind und uns hier dem nicht verschließen, was es hier auch mit Problemen gilt. Das gilt aber auch für andere Personen. Das gilt für syrische Kriegsflüchtlinge genauso wie für ehemalige Bootsflüchtlinge aus Vietnam oder das gilt genauso für ehemalige Botschaftsflüchtlinge aus Albanien, die ebenfalls unter diesem Gesichtspunkt der Humanität in Deutschland Aufnahme gefunden haben. Und das ist meines Erachtens schon ein sehr entscheidender Moment, der auch in der Diskussion meines Erachtens betrachtet werden muss. Und jetzt wird angeführt von Antragstellern, dass die Grundsicherung entwürdigend sei und vor allen Dingen dies den Menschen nicht zumutbar sei. Erstens, ich kann mich noch erinnern, wie Grundsicherung eingeführt wurde unter Rot-Grün. Dort hieß es, wir kehren ab von der notwendigen Sozialhilfe, nur der wesentlichen bisschen Unterstützung, den Lebensunterhalt bestreiten zu können, sondern dass Grundsicherung Teilhabe an einem menschenwürdigen Leben in Deutschland ist, zwar nicht üppig, aber an einem menschenwürdigen Leben in Deutschland. Und das ist meines Erachtens hier der entscheidende Gesichtspunkt. Und dann soll man diese Grundsicherungsleistung, die mittlerweile eine Million Menschen, ob aufgrund des Alters oder aufgrund der Erwerbsunfähigkeit, auch in Anspruch nehmen, so herabwürdigen. Das ist eine große soziale Leistung für die Menschen, die wir hier natürlich auch mit leisten. Und dann der Vorschlag, dies ins Fremdrentenrecht oder das Fremdrentenrecht hier auch mit anzuwenden. Es ist ein bezeichnender Kollege Birkwald, hat da gleichzeitig zwar Präferenz dafür gezeigt, aber trotzdem dann aufgezeigt, dass dies ob der Kürzungen, die wir im Fremdrentenrecht vorgenommen haben, auf 60 Prozent des Durchschnitts aller in der gesetzlichen Rentenversicherung dann nicht ausreichend ist. Also ich frage mich dann schon, was Ihr Vorschlag soll. Und es ist natürlich richtig, dass Fremdrentenleistungen mittlerweile auch zum Teil über Grundsicherungsleistungen aufgestockt werden müssen, weil halt in einzelnen Bereichen die Rente dann nicht reicht, insbesondere wenn ich in einem Wohnort wie München oder in Düsseldorf oder in Hamburg also mit natürlich niedergelassen bin. Also das zeigt auch die Unvollkommenheit meines Erachtens dieser Lösung. Und das Zweite ist hier auch mit festzustellen, dass das Fremdrentenrecht deutschen Volkszugehörigen hier auch mit die Grundlage ist, die in den Nachfolgen des Kriegssituationen, der Diskriminierung in Russland und in der Sowjetunion hier ausgesetzt waren und zur Ausreise entweder genötigt wurden oder ausreisen mussten. Das ist hier die Anerkenntnis letztendlich für die Deutschen, auch mit hier im Gesetz. Und es hat jeder, der zu uns kommt, auch die Möglichkeit, zu prüfen zu lassen, ob er dem Fremdrentenrecht damit unterliegt, ob er der deutschen Grundlage hier auch mit entspricht, wie es im Gesetz auch mit formuliert ist. Also das ist jedem möglich. Und gerade für jüdische Zuwanderer gilt zusätzlich, wenn sie einer NS-Verfolgung ausgesetzt wurden, dass es zusätzliche Entschädigungsleistungen gibt, die nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden. Also wir haben hier entsprechende Instrumente. Gleichwohl, wir werden den Antrag entsprechend auch mit prüfen, in der parlamentarischen Beratung hier dann natürlich auch mit unterziehen und dementsprechend dann auch mitbewerten. In diesem Sinne, herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit. Zu spät. Kurze Intervention. Entschuldigen Sie, wir haben es nicht rechtzeitig beschrieben. Matthias Birkwald von den Linken. Es ist jetzt gerade von Herrn Kollegen Straubinger zum Thema Fremdrentenrecht so viel Kritik gekommen, dass ich darauf hinweisen muss, dass es am vergangenen Freitag eine Entschließung des Bundesrates zur Neubewertung der rentenrechtlichen Vorgaben für Spätaussiedler gegeben hat. Und da steht in Punkt 4, in die Prüfung einzubeziehen, wären Möglichkeiten der Verbesserung der rentenrechtlichen Situation von jüdischen Zugewanderten aus Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion einschließlich einer Gleichstellung mit Spätaussiedlern im Fremdrentengesetz. Warum habe ich mich gemeldet? Herr Kollege Straubinger, dieser Satz ist auf Initiative Bayerns und der CSU in diesen Entschließungsantrag aufgenommen worden. Und da würde ich Sie doch herzlich bitten, sich mal zunächst mit Ihren Kollegen aus dem Land Bayern zu verständigen. Die haben es anscheinend verstanden. Herzlichen Dank. Kollege Straubinger, wollen Sie dazu antworten? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir als Nächstes die Kollegin... Und Sie sehen es und hören es. Es gab einen fliegenden Wechsel im Bundestagspräsidium. Hans-Peter Friedrich, der Bundestagsvizepräsident, leitet jetzt die Sitzung. Jetzt Ulrike Schielig, Ziesing für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürger, der uns heute vorliegende Antrag der drei Fraktionen ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich wegen seiner Unbestimmtheit. Grüne, Linke und FDP haben sich auf eine Beschreibung des Ist-Zustandes geeinigt. Eine weitere Einigung war scheinbar nicht möglich, denn es werden der Bundesregierung mehrere Handlungsalternativen aufgezeigt. So wie ich der Taz entnehmen konnte, möchte die FDP eine Fondlösung für Härtefälle. Die Linken eine Änderung im Fremdrentengesetz. Und die Grünen wünschen den Abschluss von Sozialversicherungsabkommen. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass auch für die Gruppe der jüdischen Kontingentflüchtlinge ein Ausgleich durch eine Fondlösung geschaffen werden soll. Aber wann die Koalition hier tätig wird, das steht in den Sternen. Daher ist es gut, dass das Problem erkannt und angegangen wird, denn es ist dringend nötig, hier schnell zu handeln. Im Zeitraum von 1991 bis 2004 sind etwa 210.000 Kontingentflüchtlinge inklusive ihrer Familienangehörigen nach Deutschland eingewandert. Gerade die älteren Zuwanderer konnten in Deutschland zumeist nur geringe eigene Rentenanwartschaften aufbauen. Jüdische Kontingentflüchtlinge werden derzeit rentenrechtlich schlechter behandelt als Spätaussiedler. Das wirkt sich dann natürlich auch auf die Höhe ihrer Rente aus. Da es keine Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland, Russland und den meisten anderen post-sowjetischen Staaten gibt, werden ihre Rentenansprüche, die sie vor der Einwanderung nach Deutschland erworben haben, nicht anerkannt. Dies führt in vielen Fällen zu so niedrigen Renten, dass die Betroffenen auf die Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Dies bedeutet eine rentenrechtliche Schlechterstellung zur Gruppe der Spätaussiedler, deren Sozialversicherungsansprüche aus den Herkunftsstaaten bei der Rentenberechnung in Deutschland berücksichtigt werden. Eine naheliegende Lösung zur Besserstellung wäre eine Aufnahme in das Fremdrentengesetz, so wie es auch mit den Spätaussiedlern gehandhabt wurde. Damit würden die sich im Rentenalter befindenden Kontingentflüchtlinge endlich nicht mehr schlechter als die Spätaussiedler gestellt. Die jüngere Generation der jüdischen Flüchtlinge hat sich mehrheitlich beruflich wie gesellschaftlich gut integriert und wird nicht auf das Fremdrentengesetz angewiesen sein. Laut der jüdischen Allgemeinen Zeitung verfügen rund 15.000 jüdische Kontingentflüchtlinge über ein zu geringes Einkommen, um für ihren Lebensunterhalt aufkommen zu können. Hier ist die Bundesregierung aufgerufen zu handeln. Die Frage ist, warum bisher nichts getan wurde. Seit 2017 hat die Koalition beispielsweise allein in zwei Titeln des Kapitels 1101 im Haushaltsplan, da geht es um das SGB II, über 560 Millionen Euro an Ausgaberesten angehäuft. Die Mittel sind also vorhanden. Allein fehlt, wie so oft, der klare Wille. Wichtig ist natürlich dabei, dass die Kosten für die Gleichstellung mit den Spätaussiedlern aus Steuermitteln zu finanzieren sind, nicht aus SV-Beiträgen, da es sich hier um versicherungsfremde Leistungen handelt. Und meine Damen und Herren von den Grünen und der FDP, Sie waren ja schon einmal auf Bundesebene in Regierungskoalitionen. Warum haben Sie sich nicht schon damals um die jüdischen Kontingentflüchtlinge gekümmert? Warum fällt Ihnen erst heute diese Problematik auf? Die FDP möchte einen Härtefallfonds. Warum haben Sie damals keinen geschaffen? Die Grünen wollen den Abschluss des Sozialversicherungsabkommens. Warum sind Sie nicht zu Ihrer Zeit tätig geworden? Ihnen und der jetzigen Regierungskoalition ist vorzuwerfen, dass Sie in den letzten 20 Jahren bei diesem Thema geschlafen haben. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss. Eventuell können sich die drei Antragsteller ja bis dahin auf eine gemeinsame Lösung einigen. Vielen Dank. Die anderen Oppositionsfraktionen, abgesehen von der AfD, Grüne, Linke, FDP, haben einen gemeinsamen Antrag hier eingebracht, fordern also die Verbesserung der Alterssicherung jüdischer Kontingentflüchtlinge. Hören wir jetzt für die Bundesregierung Kerstin Griese, die parlamentarische Staatssekretärin. Auch mir sehr am Herzen liegt die Alterssicherung der Menschen, die als jüdische Bürgerinnen und Bürger aus der Sowjetunion zugewandert sind. Und ich erinnere mich gut, als ich damals in Düsseldorf an der Meinung Gedenkstätte als Historikerin tätig war und eng mit der jüdischen Gemeinde dort verbunden war und das heute noch bin, dass ganz neue Herausforderungen auf diese Gemeinde zukamen, als so viele russische Zuwanderer da waren. Die Gemeinde hat sich rasant vergrößert. Und ein Blick in die Geschichte zeigt die Dimensionen. Denn die jüdische Gemeinde Düsseldorf hatte vor 1933 etwa 5.500 Mitglieder. Die Hälfte von ihnen konnte vor den Nationalsozialisten fliehen. Fast die andere Hälfte wurde ermordet. Und es waren dann nur noch 57 jüdische Bürger, die eine neue Gemeinde nach 1945 gründeten. Und wir alle wissen, dass die Zuwanderung der Juden aus der ehemaligen Sowjetunion ab Beginn der 1990er Jahre die jüdischen Gemeinden in Deutschland hat wieder aufblühen lassen. Und allein in Düsseldorf hat sich 1991 die Zahl der Mitglieder verfünffacht. Und heute ist sie mit 7.500 Mitgliedern die drittgrößte Gemeinde in Deutschland. In meiner Heimatstadt in Ratingen gibt es einen jüdischen Kulturverein Schalom. Und der hat fast ausschließlich russischstämmige Mitglieder. Übrigens, niemand von denen hat mich bisher auf dieses Problem angesprochen. Aber Fakt ist, die Juden aus der ehemaligen Sowjetunion haben Deutschland mit ihrer Zuwanderungsentscheidung wieder eine Chance auf ein reiches, religiöses, kulturelles Leben gegeben. Und dafür sind wir dankbar. Sie sind nach Deutschland gekommen in einer Situation verstärkter antijüdischer Angriffe, in der sich auflösen in der Sowjetunion. Einige Dissidenten waren jüdische Intellektuelle. Viele Juden hatten im Pass den Eintrag der Nationalität Hebräer. Und die weitaus meisten haben die Sowjetunion verlassen in Richtung Israel und USA. Etwa 220.000 Menschen kamen ab 1990 als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Etwa 85.000 von ihnen wurden Mitglieder der jüdischen Gemeinden. Und die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben eine hervorragende Integrationsarbeit geleistet. Sie haben ihnen geholfen bei der Suche nach Wohnungen, nach Jobs, nach Ausbildungen. Sie haben Sprachkurse und Religionskurse angeboten. Und gerade die Kinder der Zugewanderten haben heute beruflich sehr gut Fuß gefasst. Bei dieser Integrationsleistung hat der deutsche Staat die Gemeinden finanziell unterstützt. Und das ist richtig und gut so. Und auch das soll gesagt werden. Die Älteren, die nach Deutschland gekommen sind, haben aber keine Rentenzeiten hier zurücklegen können. Und waren deshalb auf Grundsicherung im Alter angewiesen. Und sind es auch noch heute. Und ich will das ausdrücklich nicht schlecht reden. Denn es ist eine gute und richtige Seite unseres Sozialstaates, dass jemand, der keine Rentenzeiten in Deutschland hat, im Alter diese Grundsicherung bekommt. Auch wenn er eben keine Rentenansprüche erwerben konnte. Denn eine auskömmliche Alterssicherung in Deutschland aufzubauen, ist natürlich für alle Menschen, die hierher zuwandern, schwierig, wenn sie erst später im Leben hierher kommen. Und wir müssen sehen, dass als Kontingentflüchtlinge auch die vietnamesischen Boat People 1985 gekommen sind, die albanischen Botschaftsflüchtlinge 1990 oder zuletzt die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge. Und, das sage ich jetzt in aller Ernsthaftigkeit, eine Gruppe, und das auch noch mit dem historischen, meines Erachtens nicht nachvollziehbaren Argument, sie seien deutschstämmig, besser zu stellen, kann neue Ungerechtigkeiten schaffen. Und das ist das Gefährliche an dieser Debatte. Wir dürfen und wollen es nicht zulassen, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Ich kann nachvollziehen, dass es diese Debatte gibt, dass für jüdisch zugewanderte Verbesserungen nötig sind. Und wir haben ja schon in der letzten Wahlperiode ausführlich diskutiert, die zuständigen Berichterstatter, wir haben uns mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland getroffen. Wir haben den Vorschlag diskutiert über das Fremdrentengesetz, diese Gruppe, den es spät aussieht, dann gleichzustellen. Und es ist immer wieder klar geworden, dass eine rentenrechtliche Lösung nicht der richtige Weg ist. Das Fremdrentengesetz ist ja eine absolute Ausnahme und sollte nicht verlängert oder erweitert werden. Deshalb bin ich auch irritiert, dass die Linkspartei, die es sonst kritisiert, das gut findet. Ich bin auch skeptisch, ob es gut ist, diese Forderung weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen und damit immer wieder Erwartungen zu wecken, die man meines Erachtens nicht verantworten kann. In Ihrem Antrag werden aber verschiedene Ansätze genannt. Sie haben sich ja noch auf keinen geeinigt, die in Betracht gezogen werden sollen. Und das zeigt mir, dass auch Sie wissen, dass es keine einfachen Antworten gibt. Der Abschluss eines Sozialversicherungsabkommens wäre sicherlich die beste Lösung mit den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Denn dann würden Rentenansprüche aus dem Ausland hierher übertragen. Innerhalb der Europäischen Union ist das ja so, sodass der Rentenexport, wie es heißt, mit Estland, Lettland und Litauen problemlos klappt. Wir haben zum Beispiel bei den Nicht-EU-Staaten ein Sozialversicherungsabkommen mit Moldau. Wir haben mit der Ukraine ein Abkommen, das schon unterzeichnet worden ist. Mit Russland konnte trotz mehrerer Verhandlungsrunden, vieler Verhandlungsrunden in den letzten Jahren, kein Sozialversicherungsabkommen geschlossen werden. Allerdings erlaubt auch das russische Recht unter bestimmten Voraussetzungen eine Rentenzahlung an Personen im Ausland. Nach Erkenntnissen des wissenschaftlichen Dienstes werden 97.000 russische Renten nach Deutschland gezahlt. Wie Sie sehen, die Bundesregierung ist sehr aktiv und bestrebt, Sozialversicherungsabkommen abzuschließen. Dazu gehören natürlich immer zwei Seiten. Mit Russland ist es noch nicht gelungen, was auch an der schwierigen außenpolitischen Lage liegt. Die dritte Möglichkeit, die Sie in Ihrem Antrag auch nennen, ist ein Härtefallfonds, den wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Ich will Ihnen ganz klar sagen, wir arbeiten daran. Wir haben eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe errichtet, die sich mit der Umsetzung einer Fondslösung für Härtefälle zunächst in der Rentenüberleitung Ost-West beschäftigt. Da sind Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern. Der Abschluss wird zum Ende dieses Jahres angestrebt. Die Erkenntnisse werden auch in die Frage einer Lösung für die Gruppe der jüdischen Kontingentflüchtlinge einfließen. Lassen Sie mich noch auf eines hinweisen, denn selbstverständlich erhalten auch die jüdischen Kontingentflüchtlinge, wenn sie Holocaust-Überlebende sind, Entschädigungszahlungen. Auch das sollte nicht vergessen werden. Diese Leistungen werden nicht auf die Grundsicherung angerechnet und gelten für alle, die Überlebende des Holocaust sind. Sie sehen, die Bundesregierung kommt ihrer Verantwortung nach, gerade bei so einem wichtigen Thema. Ich kann aber die Antragsteller nur aufrufen, die Komplexität des Themas zu sehen. Gemeinsam an einer guten Regelung zu arbeiten, eben nicht Gruppen gegeneinander auszuspielen, auch nicht Versprechen zu machen, die nicht erfüllbar sind und neue Ungerechtigkeiten hervorrufen würden. Denn auch die Folgen muss man bedenken, wenn man das Fremdrentengesetz hier ausweiten würde. Man würde neue Ungerechtigkeiten schaffen. Uns liegt daran, dass alle Menschen im Alter sozial gut abgesichert sind. Uns liegt daran, dass Integration gelingt. Und daran müssen und wollen, werden wir alle gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Zusammenbruch der totalitären Sowjetunion Anfang der 90er Jahre war ein Geschenk. Er war ein Geschenk für die Befreiung Osteuropas. Er hat die friedliche Revolution in der ehemaligen DDR, die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht. Und er war auch der Hintergrund, vor dem das möglich wurde, worüber wir heute reden. Nämlich, dass Anfang der 90er Jahre Jüdinnen und Juden in großer Zahl von Deutschland eingeladen wurden, Mitbürgerinnen und Mitbürger hier zu werden. Und dass diese Einladung in so großer Zahl angenommen wurde, das ist ein Geschenk, für das wir alle dankbar sein sollten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die vielen jüdischen Gemeinden, die es in unserem Land, Gott sei Dank, wiedergibt, haben von dieser Einwanderung enorm profitiert. Und dass es lebendiges jüdisches Leben in Deutschland, auch in so großer Zahl, wiedergibt, ist etwas, wo wir angesichts der Shoah und der schrecklichen Verbrechen, die Deutsche in der Vergangenheit begangen haben, alle dankbar sein sollten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Daraus folgt dann aber auch Verantwortung. Und das gilt gerade dieser Tage, wo neuer und alter Antisemitismus wächst, wo Bedrohungen und ganz konkret tätliche Angriffe zunehmen. Und das heißt für mich und für uns als Freie Demokraten dreierlei. Erstens die Härte des Rechtsstaats gegen diese Täter, unser aller Widerspruch im Alltag gegenüber Antisemitismus und drittens eben auch ein klares politisches Bekenntnis für jüdisches Leben in Deutschland. Und da können wir mit dem Thema, über das wir heute reden, zumindest einen kleinen Beitrag leisten. Denn in der Tat, über 200.000 Menschen sind seit Anfang der 90er Jahre zu uns gekommen. Jüdinnen und Juden sind zu uns nach Deutschland gekommen. Und anders als bei anderen Staaten mit derart organisierter Einwanderung ist es eben wirklich ein Problem, dass es nicht, wie zum Beispiel mit der Türkei und anderen Ländern, ein Sozialversicherungsabkommen gibt und dass deswegen Beschäftigungszeiten in der ehemaligen Sowjetunion nicht für die Rente angerechnet werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn dann trotz langem Arbeitsleben häufig Grundsicherungsbezug die Regel ist, trotz langem Arbeitsleben, und das bei Menschen, die ganz gezielt, ganz besonders und ganz zu Recht, ja auch in sehr hohem Alter nach Deutschland eingeladen wurden, dann ist das ein Problem, was wir nach unserer Überzeugung angehen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb legen wir als drei Oppositionsfraktionen heute einen interfraktionellen Antrag vor. Es wurde ja schon gesagt, in der Tat, gerade in der Rentenpolitik, könnten wir oft nicht weiter auseinanderlegen. Das hier ist aber ein Thema der besonderen Art. Denn für uns ist jüdisches Leben in Deutschland kein Thema des Parteienwettbewerbs, sondern der Staatsräson. Und deshalb ein besonderes Thema und deshalb auch besondere Maßnahmen. Und in der Tat sind unterschiedliche Lösungen denkbar. Und ja, wir Freie Demokraten glauben auch, dass in Abwägung dieses schwierigen Themas wahrscheinlich die Fondslösung die beste Lösung ist. Und, lieber Kollege Max Straubinger, dass dagegen keine grundlegenden Bedenken bestehen können, das zeigt ja der Koalitionsvertrag. Denn da wird eine Fondslösung ja schon adressiert. Das heißt, möglich muss es ja sein, wenn auch bisher nur als Prüfauftrag. Und ich will für alle drei Antragsteller, glaube ich, sagen können, denn das haben wir gestern auch bei der Vorstellung klar gesagt, wir sind alle bereit, auch einem Modell zuzustimmen, was wir möglicherweise nicht präferieren. Nur ein einziger Weg darf keine Option sein, nämlich weiteres Nichthandeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema ist lange bekannt, in der Tat. Und die Betroffenen sind teils hochbetagt. Es eilt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kerstin Griese von der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, Wir als drei Oppositionsfraktionen sagen Ihnen heute jede konstruktive Unterstützung bei dem Thema zu. Wir fordern Sie aber auch auf. Handeln Sie, und zwar bald. Das sagt Johannes Vogel. Und er hat zu Beginn auch auf den interessanten Punkt hingewiesen, dass die jüdischen Zuwanderer eingeladen wurden. Die Juden, die seit Anfang der 1990er Jahre hier nach Deutschland kamen, die werden zwar offiziell als jüdische Kontingentflüchtlinge bezeichnet, aber das ist eigentlich irreführend, denn es handelt sich bei Ihnen um Zuwanderer, man könnte sagen um Übersiedler, die unter humanitären Vorzeichen eben eingeladen wurden, hier dauerhaft zu leben. Markus Kurth für die Grünen. Wenn man umgehen kann, man kann sie rundheraus ablehnen. Oder aber, wenn einem nicht so wohl ist bei einer Ablehnung, die offen ausgesprochen wird, dann kann man Hindernisgründe aufbauen, bürokratische Hemmnisse. Dann kann man Komplexität beklagen. Dann kann man beklagen, dass, wie in diesem Fall, die Antragsteller unterschiedliche Lösungswege aufzeigen. Das wird dann auch kritisiert, dass das so uneindeutig sei. Und dann kann man letzten Endes sogar, was ich besonders, ich führe das gleich aus, geschichtsvergessen finde, den Artikel 3 des Grundgesetzes sogar bemühen, den Gleichheitsgrundsatz, um dann, wie in diesem Falle, die jüdischen Kontingentflüchtlinge unzulässigerweise mit vietnamesischen Boat People zu vergleichen. Das ist traurig. Und ich finde auch ein Stück weit beschämend, weil es nicht in Rechnung stellt, aus welchem historischen Hintergrund wir diese Debatte hier führen. Gerade der Blick auf diesen Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 Grundgesetz und der Vergleich der jüdischen Flüchtlinge aus der früheren Sowjetunion mit den deutschen Spätaussiedlern zeigt, dass es sich um sehr, sehr ähnliche Gruppen mit ähnlicher Herkunft, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten handelt. Der Publizist und Historiker Micha Brumlick hat das sehr schön dargelegt, dass sowohl die Deutschen, die in das damalige Zarenreich ab dem hohen Mittelalter ausgewandert sind, als auch die aschkenasischen Juden aus dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches kamen. So, das heißt, ein ähnliches Herkunftsgebiet. Und die Jüdinnen und Juden, die im späten Mittelalter insbesondere die Städte am Rhein verlassen haben, haben dies nicht freiwillig getan. Das kann man sagen. Wir wissen die Pogrome, die es dort gegeben hat. Insofern handelt es sich um Wanderungsgeschichten, die eng miteinander verwoben sind. Und auch der Grund, warum dann nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Urkatastrophe des Nationalsozialismus und der Schoah diese beiden Gruppen dann auch nach Deutschland gegangen sind oder auch von uns eingeladen wurden hier in Deutschland, auch das ist sehr eng miteinander verwoben, sehr vergleichbar. Und deswegen ist gerade mit Bezug auf den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes es sehr gerechtfertigt, beide Gruppen nach zum Beispiel dem Fremdrentenrecht zu behandeln und sich anzugucken. Und ich finde, dass diese historische Verantwortung immer bei uns präsent sein muss. Und das war bei den drei Antragstellern, wenngleich Johannes Vogel hat das ausgeführt, mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, das war bei den drei Antragstellern immer vorhanden. Und auch andere europäische Länder zeigen dieses. Jüdinnen und Juden sind beispielsweise im Zuge der Rekonquista, also der Rückeroberung, wie sie damals hieß, der iberischen Halbinsel, aus Städten wie Granada vertrieben worden. Sie wurden seinerzeit Ende des 15. Jahrhunderts vor die Wahl gestellt, ihren Glauben aufzugeben oder aber unter Zurücklassen all ihren Besitztums das Land zu verlassen. Und schon im Jahr 2015 haben Spanien und Portugal Jüdinnen und Juden heute, die nachweisen können, dass ihre Vorfahren dort auf der iberischen Halbinsel leben, das Recht auf Staatsangehörigkeit zugesprochen und auch rentenrechtliche Ansprüche, die aus den Herkunftsländern kommen. Ich finde das außerordentlich vorbildlich. Und insofern, wenn man sich diesen geschichtlichen Hintergrund betrachtet, wird einem sehr, sehr klar, dass ein Vergleich mit syrischen Kriegsflüchtlingen, albanischen Botschaftsflüchtlingen oder den vietnamesischen Boat People vollkommen unzulässig ist. Und es wäre wirklich sehr schade und bitter, wenn sich der Verdacht aufdrängt, und das tut er im Moment ein wenig bei mir, dass diese anderen Kontingentflüchtlingsgruppen bloß herangezogen werden, instrumentalisiert werden, um hier ein Anliegen, das sogar im Koalitionsvertrag steht, auf die lange Bank zu schieben oder ganz wegzudrängen. Und in diesem Sinne bitte ich sehr darum, wirklich, dass wir jetzt keine Scheindebatten führen, sondern ernsthaft überlegen, wie kann dieses Anliegen umgesetzt werden, wie können wir dieser Verantwortung der Historischen gerecht werden. Lassen Sie uns da gemeinsam reden. Ende der letzten Legislaturperiode haben die demokratischen Fraktionen zusammen sich alle vier damals um die Frage der Ghettobewohner gekümmert und der Ghetto-Renten. Das ist aus meiner Sicht eine gute Vorlage. Wir sollten einen runden Tisch aller demokratischen Fraktionen in dieser Sache bilden, nicht mit irgendwelchen Bund-Länder-Arbeitsgruppen, sondern wir hier im Deutschen Bundestag sollten uns alle gemeinsam über die Fraktionsgrenzen zusammensetzen und wirklich konstruktiv daran arbeiten. Und wir sind ja auch, wir sehen das, wir werden ja unterstützt von der Gesellschaft, zum Beispiel von der Initiative CEDEG. Und ich denke, das ist eine Ernsthaftigkeit, die wir hier zeigen müssen und der wir gerecht werden müssen in der gesamten politischen Debatte. Vielen Dank. Markus Kurth war das, der rentenpolitische Sprecher der Grünen. Und diese Initiative der Oppositionsfraktion geht auf die Rentenpolitiker der drei Fraktionen. Zurück, Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion jetzt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es gibt eine besondere historische Verantwortung in Deutschland, wenn es um jüdisches Leben hierzulande geht. Das ist unstrittig und das begehen wir jedes Jahr mehrfach im Rahmen verschiedener Gedenkveranstaltungen. Denn das durchzieht sich durch unser gesamtes Bildungswesen in Deutschland in den Schulen. Und das zeigt sich natürlich auch an der Ausgestaltung unseres Sozialrechts. Es ist heute schon mehrfach angeklungen. Wir haben für die Überlebenden des Holocaust verschiedene Regelungen geschaffen, auch im Rentenrecht. Und ich denke, damit wird sehr, sehr deutlich, wie groß unsere historische Verantwortung ist und wie wir dieser gerecht werden. Die Debatte, die wir heute führen, ist aber nicht nur eine Debatte, in der es um historische Verantwortung geht, sondern es ist vor allen Dingen eine Debatte, die mal wieder die Tücken oder die Besonderheiten und das, was letztendlich auch unser Sozialrecht manchmal so schwierig und so anspruchsvoll Macht zu erklären, aufzeigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich in dem Antrag der FDP, der Grünen und der Linken gelesen habe, ist im Grunde genommen nichts anderes als warme Worte. Auch Sie scheitern an der schwierigen rechtlichen Lage, die wir hier haben. Wobei eigentlich so schwierig ist sie gar nicht. Sie ist ja eigentlich sehr offensichtlich. Aber auch Sie, aber auch Sie, Herr Birkwald, und Sie kennen sich bestens aus, sind nicht in der Lage gewesen, hier eine rechtlich-fachlich korrekte Antwort und einen entsprechenden Vorschlag zu geben. Ihr Antrag wird letztendlich fachlich und sachlich den Anforderungen nicht gerecht. Worum geht es, meine Damen und Herren? Es geht um das sogenannte Fremdrentengesetz, das nichts anderes ist als ein Kriegsfolgengesetz. Ziel war es gewesen, nach Ende des Zweiten Weltkriegs sogenannten anerkannten Personen des Bundesvertriebenengesetzes eine Entschädigung zukommen zu lassen. Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die eine Deutschstämmigkeit vorzuweisen hatten und die auch einem Vertreibungsdruck nach dem Zweiten Weltkrieg unterlagen und aus diesem Grund nach Deutschland gekommen sind und hier auch entsprechend einen Anspruch hatten, über gewisse Rentenanwartschaften zu verfügen. Die jüdischen Kontingentflüchtlinge, um die es hier heute geht, sind davon aber nicht erfasst, meine Damen und Herren. Und ich kann nur darum bitten, die Dinge und die Themen und die Probleme nicht miteinander zu vermengen, sondern ganz genau zu schauen, welches Gesetz welchen Anspruch formuliert und sich vor allen Dingen auch an welche Zielgruppe richtig. Der Antrag widerspricht eben dem Sinn und Zweck des Fremdrentengesetzes. Und deswegen werden wir diesen Antrag hier heute ablehnen. Die sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge hatten eben keinen Vertreibungsdruck nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie wurden diskriminiert, ja, ohne Frage, aber es gab eben keinen Vertreibungsdruck nach Deutschland. Es gibt doch keine sogenannte Volkszugehörigkeit, so wie sie im Gesetz festgeschrieben ist. Und ich möchte auch hier noch mal erwähnen, und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Gedanken, und Herr Kurt, auch wenn Sie das so kritisiert haben, natürlich ist es eine Gruppe, wo wir dann eine Ungleichbehandlung schaffen gegenüber anderen Kontingentflüchtlingen. Das kann man nicht einfach so wegwischen. Das muss man anerkennen und danach auch entsprechend handeln. Die historische Verantwortung, meine Damen und Herren, die historische Verantwortung, die wir gegenüber Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland haben, rechtfertigt eine Änderung des Fremdrentengesetzes, so wie Sie es sich wünschen, eben nicht. Und schon gar nicht auch die Intention des Fremdrentengesetzes zu ändern. Ich frage mich ehrlich gesagt schon seitens der Antragsteller, welches Sozial- und auch welches Rechtsstaatsverständnis sie haben, hier solche Vorschläge uns zu unterbreiten. Und ich möchte abschließend noch, ja, ich will mal sagen, eine weitere Aussage tätigen, die Ihnen möglicherweise ganz und gar nicht gefällt. Es geht ja auch hier einmal wieder um die Grundsicherung in Deutschland. Und ich frage mich immer, warum ist das entwürdigend, Grundsicherung in Anspruch zu nehmen? Das ist etwas, wofür unsere Solidargemeinschaft aufkommt, um bedürftigen Menschen in Deutschland zu helfen. Was ist denn daran bitte schön so unwürdig? Und ich bitte darum, dieses wichtige Instrument unseres Sozialstaats, hier nicht immer schlecht zu reden. Und ich möchte Ihnen eines entgegnen, Herr Birkwald, möglicherweise geht es Ihnen gar nicht um die heute hier besprochene Gruppe, sondern es geht Ihnen darum, das Instrument der Grundsicherung weiter in Misskredit zu bringen. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, lassen Sie uns sachlich bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen. Vielen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die jüdische Einwanderung aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion nach Deutschland ist eine historische Entwicklung, über die wir uns freuen und für die wir sehr dankbar sind. Wir haben diese Menschen eingeladen und sie sind gekommen, weil sie Vertrauen hatten in unseren demokratischen Rechtsstaat und in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist Bestätigung, aber es ist vor allen Dingen Verpflichtung, dass wir alles dafür tun, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft auch von dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung geprägt leben können und dass wir alle Angriffe auf diese freiheitlich-demokratische Grundordnung entschieden verteidigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 200 000 Menschen gewonnen. Sie machten Deutschland zu ihrer Heimat, haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und beleben unsere jüdischen Gemeinden, die sie heute vielfach mitprägen und bereichern. Sie knüpfen so an an eine reiche Tradition, die Deutsche einseitig und brutal in der Vergangenheit zerstört hatten. Naturgemäß konnten die älteren jüdischen Zuwanderer, die teilweise jahrzehntelang in Staaten der Sowjetunion gearbeitet haben, in vergleichsweise wenigen Jahren nicht so viele Rentenversicherungsansprüche erarbeiten, dass es für sie für eine Rente über Grundsicherungsniveau reicht. Auf die äußerst geringen Rentenzahlungen, die sie im kommunistischen System erworben haben, welches bekanntermaßen implodiert ist, haben sie oftmals wegen ihrer Auswanderung keinen Anspruch, Sozialversicherungsabkommen mit den betreffenden früheren Staaten der Sowjetunion, gibt es nichts. Und mangels Anerkennung von Berufsausbildungen, ein Problem, mit dem wir uns noch immer plagen, wenn es um Zuwanderung geht, haben sie außerdem in Deutschland nicht unbedingt eine Arbeit finden können, die ihrem Qualifizierungsniveau entsprochen hatte. Ihren Kindern und Eltern, Enkeln, denen geht es gut. Sie helfen heute mit, ganz wesentlich mit, unseren Sozialstaat zu tragen. Aber was ist eben mit der Großelterngeneration? Hier sollte es unser aller Interesse sein, diesen Menschen, für deren Entscheidung und das Vertrauen, das sie in uns gesetzt haben, dass sie zu uns kommen, für das wir dankbar sind, diesen Menschen sollten wir jetzt entgegenkommen. Für die Art der Umsetzung gibt es verschiedene Wege. Es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt natürlich die Lösung im Fremdrentengesetz. Aber es gibt auch eine Fondlösung. Oder es gibt die Möglichkeit, Sozialversicherungsabkommen mit den Nachfolgestaaten zu schließen. Oder aber, und das vereint uns als Antragsteller, es gibt auch die Möglichkeit, irgendeine andere Lösung zu finden, liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungskoalition, denen wir ja auch zustimmen würden. Aber machen Sie sich endlich auf den Weg, diese Lösung zu formulieren, die Zeit drängt. Die Menschen haben nicht mehr unendlich Zeit zu warten, um die es hier geht. Liebe Koalitionäre, liebe Bundesregierung, werfen Sie Ihr Herz über die Hürde. Machen Sie was in dieser Frage. Es geht hier um ganz konkrete Menschen. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Ralf Kapschatt. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Zuschauer! Eins ist klar. Ohne den Holocaust würden wir vermutlich heute über dieses Thema nicht reden. Aus diesem unfassbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen der Ermordung von mehreren Millionen Juden, ergibt sich eine besondere historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Menschen jüdischen Glaubens. Auch deshalb ist jede Relativierung, jede Verharmlosung dieser Gräueltaten eine Verhöhnung der Opfer und ihrer Angehörigen. Ich sage das konkret an die AfD. Es gibt keine Entschuldigung dafür, diese Zeit als einen Vogelschiss der Geschichte zu bezeichnen oder die Erinnerung daran als Schande. Weil die Nazis jüdisches Leben in unserem Land weitgehend ausgelöscht hatten, gab es den Wunsch, dieses Leben, diese Kultur und die jüdischen Gemeinden in Deutschland wieder zu stärken. Das war der Grundgedanke damals, Anfang der 1990er, die zu der Regelung für jüdische Kontingentflüchtlinge führte. Viele Frauen und Männer jüdischen Glaubens, vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion, sind daraufhin nach Deutschland gekommen. Wir haben es gehört, rund 200.000. Sie haben das jüdische Leben in Deutschland wiederbelebt und sind in ihren Gemeinden angekommen. Das begrüßen wir sehr. Viele von Ihnen haben seitdem aber nur geringe Rentenansprüche erworben. Viele kamen damals schon in einem Alter, wo das dann auch schwierig war. Dass eine Reihe von Ihnen jetzt in der Grundsicherung ist, empfinden Sie als ungerecht. Das kann ich gut verstehen. Es ist ein schwieriges Thema. Es geht um alte Menschen, die Hilfe erwarten. Allerdings, das sage ich auch ganz offen, es gibt nach meiner Einschätzung keine praktikable Lösung, die alle Probleme löst. Deshalb ist der Antrag von FDP, Linken und Grünen grundsätzlich in Ordnung. Markus Burth, hör doch mal zu. Grundsätzlich in Ordnung. Ich warne aber davor, Erwartungen zu wecken, die nur schwer erfüllt werden können. Ein Vergleich mit den Spätaussiedlern zum Beispiel, wie er aktuell von manchen angestellt wird, halte ich nicht für zielführend. Wir haben es vorhin schon gehört. Spätaussiedler werden nach dem sogenannten Fremdrentengesetz beurteilt. Dieses Gesetz ist eine absolute Ausnahme. Die Kriterien des Fremdrentengesetzes treffen bei allem Verständnis auf jüdische Zuwanderer kaum zu. Ausschließlich jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion in das Fremdrentengesetz einzubeziehen, wäre außerdem eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Flüchtlingen und Zuwanderern. Es geht nicht darum, eine Gruppe gegen eine andere auszuspielen, sondern das ist schlicht und ergreifend Fakt. Im Übrigen ist fraglich, ob eine Regelung über das Fremdrentengesetz in allen Fällen dazu führen würde, dass die Grundsicherung vermieden werden könnte. Es mag banal klingen, aber für jüdische Kontingentflüchtlinge gilt ebenso wie für alle anderen Personen, dass eine gesetzliche Rente grundsätzlich nur dann gezahlt wird, wenn entsprechende Beiträge geleistet werden. Herr Kollege Kapschak, der Kollege Kurt würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Markus Kurt von den Grünen. Danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Mir fällt jetzt schon durchaus auf, dass die letzten Rednerinnen, Redner der Koalition immer sich sehr über das Fremdrentenrecht hier auslassen und das nutzen, um ihre Bedenken aufzubauen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass in dem gemeinsamen Antrag von Freien Demokraten, der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen ausdrücklich mehrere Lösungswege genannt sind, zu denen im Übrigen auch, und Herr Vogel hat das ja sehr deutlich gemacht, die im Koalitionsvertrag befindliche Härtefallfondslösung stehen. Und selbstverständlich schätze ich auch das Argument, und es ist ja auch wichtig, dass man nicht alle Probleme lösen kann, wie Sie, Herr Kapschak, gesagt haben. Aber auch wir, die wir das Fremdrentengesetz bevorzugen, wir nehmen auch gerne die zweitbeste Lösung. Hauptsache, es kommt zu einer Lösung. Ich glaube, meine Antwort kommt jetzt im weiteren Vortrag. Ich werde nämlich genau auf diese Punkte eingehen. Insofern wäre es lohnend gewesen, Sie hätten einfach weiter zugehört. Grundsätzlich gilt auch für jüdische Kontingentflüchtlinge, ich habe es eben schon mal gesagt, dass sie nur dann einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben, wenn auch Beiträge geleistet wurden. Allerdings, wenn es sich um Holocaust-Überlebende handelt, erhalten sie Entschädigungsleistungen, die sind angesprochen worden, die ihre Situation finanziell verbessern. Und zu dem Punkt, dass wir eine gemeinsame Lösung entwickeln wollen, wofür ich ja sehr viel Sympathie habe. Wir haben bei der Debatte zu den Ghetto-Renten vor einigen Jahren gemerkt, wie schwer es ist, eine Regelung zu finden, die von allen Betroffenen für akzeptabel gehalten wird. Aber wir haben auch gemerkt, wir finden eine breite Mehrheit in diesem Haus, wenn wir es wirklich wollen. Am besten wäre es natürlich, da komme ich zu den Punkten, die Markus Kurt eingefordert hat, wir könnten ein Sozialversicherungsabkommen mit Russland schließen. Dann könnten dort erworbene Rentenanwartschaften hier berücksichtigt werden. Ein solches Abkommen wird es in absehbarer Zeit aber nicht geben. Aber trotzdem wollen wir natürlich etwas tun. Und wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, einen Härtefallfonds auch für jüdische Kontingentflüchtlinge einzurichten. Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg. Daran arbeitet die Bundesregierung, und sie wird dazu einen Vorschlag vorlegen. Allerdings wird auch ein solcher Fonds nicht alle Probleme lösen. Aber es wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wichtig ist, und da bin ich ganz bei den antragstellenden Fraktionen, dass ein solcher Härtefallfonds möglichst in absehbarer Zeit diskutiert wird. Das sind wir in der Tat den Menschen schuldig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Der Kollege Uwe Witt von der AfD-Fraktion gibt seine Räte zu Protokoll. Sie sind damit einverstanden. Dann ist das so. Und der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Frank Heinrich, CDU-CSU-Fraktion. Und Frank Heinrich sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuhörer, ich bin der letzte Redner in dieser Debatte und möchte mal zusammenfassen, was wir jetzt hier gehört haben. Für mich übrigens einzigartig die Situation, dass die drei Oppositionsparteien sich hinter so einem Anliegen vereinigen. Die Problembeschreibung ergibt sich wie folgt. Kontingentflüchtlinge, und ich möchte es rein sachlich beschreiben, sind Flüchtlinge, die in festgelegter Anzahl als Kontingent nach Deutschland übersiedeln dürfen. Und da gab es schon verschiedene Beispiele, die auch heute schon genannt wurden. Vietnamesische Bootsflüchtlinge 1985, aus Albanien in der Botschaft 1990, Bürgerkriegsflüchtlinge in den Jahren 13 und 14, und eben, die, über die wir heute reden, Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion, jüdischen Ursprungs. Kollege Birkwald hat die Zahlen in ihrer Größe genannt. Zuwanderern im Alter dann reichen dann die eigenen Einkünfte sehr oft nicht aus. Vor allem, wenn Großteil des Erwerbslebens im Ausland stattgefunden hat, und dort erwirtschaftete Renten und Einkünfte nicht nach Deutschland gezahlt oder zu gering sind. Und deswegen fallen sie in die Grundsicherung im Alter. Für jüdische Kontingentflüchtlinge, wie auch für die einen oder anderen der anderen, gilt, ob zugewandert oder nicht, dass eine gesetzliche Rentung nur gezahlt wird, wenn die vorher gezahlten Beträge dafür zur Verfügung stehen. Jüdische Zuwanderer empfinden die Grundsicherung dann, auch das wahrscheinlich wie andere auch, als entwürdigend und fordern eigenständige deutsche Renten. Und jetzt sind die von Ihnen dreien unterschiedlichen Lösungsvorschläge auf dem Tisch in Ihrem Antrag dargestellt. Der erste von Ihnen, von den Linken, Aufnahme ins Fremdrentengesetz. Einige meiner Kollegen haben darauf schon Bezug genommen. Das ist auch der Wunsch von vielen jüdischen Zuwanderern und wird auch unterstützt vom Zentralrat der Juden. Die Bundesregierung, und das hat sie sehr deutlich gemacht, die parlamentarische Staatssekretärin, sieht da bisher keine stimmige Lösung drin und hat das bis jetzt nachvollziehbar, wie ich finde, auch schon mehrfach jetzt hier erklärt, abgelehnt, weil es ein Kriegsfolgengesetz ist und eine Ungleichbehandlung ohne sachlichen Grund im Vergleich zu anderen Flüchtlingen und Zuwanderern möglicherweise darin besteht. So die Argumentation. Von Ihnen, von den Grünen, ist der Vorschlag im Raum, in diesem Antrag Sozialversicherungsabkommen mit den betroffenen Nachfolgestatten der Sowjetunion zu machen. Das wäre tatsächlich eine gute Lösung. Und es gibt tatsächlich Beispiele, wo wir Sozialversicherungsabkommen geschlossen haben, zuletzt mit Indien und Brasilien. Wir sind Schritte vorangekommen, wie wir vorhin gehört haben, mit der Ukraine. Und in den Ländern erworbene Rentenansprüche können dann ebenso geltend gemacht werden wie die in Deutschland erworbenen Rentenansprüche. Aber, und jeder im Raum wird das nachvollziehen können, im Moment ist es unrealistisch, mit Russland ein allumfassendes Sozialversicherungsabkommen zu schließen. Sowohl die Sanktionen infolge der Ukraine-Krise, die Verhandlungen dazu liegen seit Jahren auf Eis. Sollte sich die politische Lage entspannen, dann wären wir gerne bereit. Dann ist das ein Ansatz, die Bundesregierung, als auch von uns als Fraktion, das weiter zu verfolgen. Aber wir wollen das nicht einfach abwarten. Drittens die Fondlösung, die Sie, auch Herr Vogel, vorgeschlagen haben, von der FDP. Ja, und Sie haben darauf verwiesen, im Koalitionsvertrag erwähnen wir das. Für Härtefälle, ich zitiere, für Härtefälle in der Grundsicherung, im Rentenüberleitungsprozess wollen wir einen Ausgleich durch eine Fondlösung schaffen. Entsprechendes wollen wir auch für die Gruppe der Spätaussiedler und der jüdischen Kontingent Flüchtlinge prüfen. Merkel im Rahmen der Rentenüberleitung. Und Frau Krise, Staatssekretärin, hat vorhin darauf hingewiesen, dass wir in dieser Prüfungsphase sind und dass wir danach aus dem, was wir gelernt haben, Umsetzungsvorschläge machen. Da wäre ein erster Schritt, Härtefälle in der Grundsicherung im Rentenüberleitungsprozess, das ist nicht zu vergessen, Ausgleich durch eine Fondlösung zu schaffen. Aber aus Sicht der Betroffenen zu einer gerecht empfundenen Fondlösung zu kommen, halten wir bis jetzt noch für sehr, sehr schwierig. Und zweitens, eine Prüfung eines Ausgleichsfonds dann zu machen, fußt auf den Erfahrungen und den Ergebnissen des ersten Schrittes. Härtefälle müssen definiert werden, worin können denn die Härten bestehen, besonders auf jüdische Kontingent Flüchtlinge zutreffen. Und das gilt es tatsächlich abzuwägen. Und das Bild, was mir in der Vorbereitung dieser Rede kam, ist, der eine oder andere kennt das noch, ein Mobile, was man in der Wohnung aufgehängt hat. Und das will sehr gut ausbalanciert sein. Und wir wissen, das ist in der Politik sehr oft so. Ganz besonders aber im Rentenrecht. Die CDU-CSU steht zur Nennung und Vereinbarung im Koalitionsvertrag und möchte eine rentenrechtliche Verbesserung für diese Gruppe. Deshalb nehmen wir den Koalitionsvertrag ernst. Aber er ist auch noch nicht mal ein Jahr alt, aus verschiedenen Gründen. Antragstellende Fraktionen geben aber in dem Antrag selbst zu, dass sie unterschiedliche Auffassungen für den richtigen Weg sind. Und den suchen wir mit. Und die angestrebte Fondslösung, die wir ja da benannt haben, wie Sie richtig darauf hingewiesen haben, die darf dann allerdings nicht mit heißer Nadel gestrickt werden. Dafür ist das Ding viel zu komplex, wie das von mir genannte Mobile. Wir möchten und werden etwas tun für diese Härtefallgruppe, müssen aber auch schauen, was möglich ist, nicht zuletzt finanziell. Die Kraftanstrengungen der Vergangenheit sollen nicht vergessen werden. Aber die sensible Balance gebietet uns, das sehr ordentlich zu machen. Es darf keine Opfergruppe gegen eine andere ausgespielt werden. Und auch in der besonderen Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden in unserem Land müssen wir dieser Verantwortung gerecht werden, nicht zu diskriminieren. Auch wenn wir es vielleicht in diesem Fall in positiver Hinsicht tun würden, müssen wir das politisch begründen. Ich komme zum Schluss. Wir haben aus Barmherzigkeit und Betroffenheit damals Menschen geholfen, hierher in unser Land zu kommen. Und das ist mehrfach applaudiert worden hier. Nun zeigt sich an dem Beispiel, wie langfristig und nachhaltig geplant werden muss, wenn man Menschen dauerhaft aufnimmt und eine Perspektive geben will. Wir nehmen den Antrag sehr ernst und werden ganz, wie schon angekündigt, nach dem Koalitionsvertrag handeln, werden allerdings erst prüfen und dann handeln. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-7854 an den Ausschuss für Arbeit und Soziales vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden. Das ist der Fall. Dann ist das so beschlossen. Das ist von Abgeordneten von Grünen, Linken und FDP gesagt worden, die hier diesen gemeinsamen Antrag vorgelegt haben. Aber es war ein Anliegen dieser Fraktionen, auf das Thema hinzuweisen und dass es Handlungsbedarf gibt. Dieser Antrag, der geht also jetzt in die parlamentarischen Beratungen. Und es haben ja alle Fraktionen hier im Hohen Haus in der Tat darauf hingewiesen, dass das Thema präsent ist, dass an dem Thema gearbeitet werden soll und hier Verbesserungen erreicht werden sollen.